Boah. Keine Ahnung. Ronaldo. Und ich habe das Tag und Nacht getragen. Also wirklich Tag und Nacht. Wenn die Mama das mal zur Wäsche gemacht hat, war ich immer richtig sauer. Van Dijk. Und in der Mitte, boah. Es gibt so viele. Aber hinten drin Van Dijk. Einfach ans Meer. Strand. Sonne. Schnitzel von Roma. Boah, es gibt viele. Frankfurt hat echt was zu bieten. Aber ja, unser Stadion mit den Fans. Das ist mein Lieblingsort. Viele von denen spielen gar nicht mehr. Ich weiß nicht, irgendein 70er, 80er Gitarrenband. Leonard Skinner, Deep Purple, Pink Floyd. Ich weiß nicht, ob man da schon Profi-Spiel sagen kann. Aber das erste Spiel mit den Amateuren in Salzburg. Und wir sind im Salzburger Cup ausgeschieden. Und ich habe danach geweint, weil ich so sauer war. Mein Dad. Boah, als Couch-Sportler ganz klar. Football. Und aktiv. Tennis, Golf. Ja, eigentlich alles. Fußballprofi. Boah, mit so vielen. Fußballprofi. Also, echt eine geile Truppe. Und ich bin mega glücklich, dass ich da sein darf.